Wunderprächtig. Einmal noch Muni aufgetankt. Ja, und dann wieder in die eigene Basis. Das ist ja fast schon ein Kinderspiel. Auf großen Karten scheinen die Potsdam wohl doch nicht so intelligent zu sein. Naja, was soll's. Das ist jetzt schon der Sieg. Joa, ich würd sagen, auf zum nächsten. Oh, jetzt hab ich gleich aufgepasst. Ich will auch wieder drei Limits und diesmal wieder etwas enger. Ja, wir haben's ja alle irgendwie. Eng ist immer gut. Oh, jetzt hab ich gar nicht auf die Gegner geguckt. Das war dann wohl aus Versehen an Doppelklick. Und hier haben wir schon... Was haben wir hier überhaupt? Auf jeden Fall ist das hier schön eng. Okay. Unsere Fahne ist hier. Einmal außen rum. Und die Karte will wieder gespiegelt sein, vermute ich. Jip, jip, jip. Und auch hier einmal... Nein, sie ist nicht ganz gespiegelt. Wir müssen sie dann quasi direkt über der Lava dann auch trotten und uns holen. Oh, was? Was, 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 was? Das fängt ja gut an hier. Ja. Und hier geht's aber schon wieder heiß her. Was, du wirst doch hier nicht einfach unsere Fahne klauen. Ja, wenn du die Fahne hast, bringst du zur eigenen Base, ne? Wie, ich hab ja gar nicht geschossen. Mein Gott, fallen die Bots jetzt schon auf sich selbst, oder was? Oh, ich dachte, der fällt gerade schon um. Ja. Oh, so, ich renne auch wieder in die falsche Richtung. Mein Gott, ich bin so ein Schlaumeiner. Und wir müssen einmal hier durch. Einmal. Äh, nein, hier müssen wir nicht durch. Und einer hat schon wieder die Flagge geklaut. Ich werde bekloppt. Gleich zwei Leute, die die Flagge hier klauen. Wäre mal nett, wenn einer von euch die Flagge holt, oder Mädels. Und wir hier nicht nur irgendwie verteidigen. Dann werde ich mich mal aufmachen. Okay. Okay. Yo, bin schon unterwegs. Wir werden uns aber erst mal hier schön auf zum Gegner machen. Okay, hier geht's Richtung Blau. Und dann einmal schnell hier. Hauptsache es schießt keiner mit dem Raketenwerfer. Yo, die hab ich wohl. Und jetzt schnell in die andere Richtung. Ah, nein. Weg, 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 weg. Nicht locken. Weg. Ah, komm. Oh mein Gott. Nein, ich bin falsch gelaufen. Nein. Ja, so kann das natürlich nicht werden. Wenn der Flaggenträger hier. Ah, das war es dann auch schon. Wenn der Flaggenträger hier nicht gesaved wird. In dem Fall ich. Ja. Also dann versuche ich sie noch mal zu holen. Aber momentan, ja. Momentan versucht auch von uns keiner hier unsere Flagge zu beschützen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gottness. So. Und ich muss sie wieder zurückholen. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ich sage, ich gebe noch mal Order hier irgendwie an die eulen Bots. Von wegen, ja. Tut, was da wollt, ne. Okidoki. Dann versuche ich mal die Flagge wieder zu holen. Ich muss mir nur den Weg merken. Und ja. Und da geht uns schon die Muni aus. Ich fasse es ja. Gib mir ein Gun. Gib mir ein Gun. Geht doch. So Junge. Weg mit dir. Ok. Den Weg habe ich mir gemerkt. Dann habe ich mir einigermaßen gemerkt. Aber. Oh nein. Und eine Bubble Gun. Und eine Bubble Gun. Ok. Sie haut ab und ich erwähne mir die. Oh. 37 HP. Das wird nichts. Das wird nichts. Und ein Sägeblattwerfer hat. Nein. Komm. Cover me. Cover me. Oh. Verdammt. 6 HP. Das wird doch nichts. Ok. Es könnte. Es könnte. Ok. Einmal. Cover me. Cover me. Ok. Es könnte was werden. Es könnte was werden. Und ich renne. Warum renne ich außen rum? Ich vollhorst. Oh nein. Und sie haben unsere Flagge geklaut. Ich hoffe, die eigenen Teamkollegen holen sie jetzt auch schon wieder zurück. Weil sonst könnte es böse ausgehen mit den 40 HP. Oh. Fuck. Sie sind zu zweit. Ok. Das ging gerade nochmal gut. Ok. Die Fahne ist wieder zurück. Und. Yes. 1. 2. 0. Und ich baue erstmal ordentlich ein Medikit. Sonst war es das. So. Nummer 1. Und. So. Ok. 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 Dann hätten wir hier schon einmal den Rocket Launcher. Nochmal zwei Health Packs und dann ab zur gegnerischen Flagge. Ok. Ok. Hier ist gerade. Äh. Freie Luft. Nein. 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 Es ist nicht. So. Ah. Nein. Fuck. Also. Das Level ist mir zu. Äh. Winkelig. Uh. Ja. Und gegen die Bubblegarn haben wir keine Chance eigentlich. Wenn wir jetzt hoch wollen. Ah. Und so schon gar nicht. Mit der Flagge einmal ordentlich. Abgekackt. So. Wunderprächtig. Wunderprächtig. So. Nein. Was? 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 Nein. No. Beinah. Gerade noch das Schlimmste abgewendet. Beinah das 1 zu 1 hier. In Feingeduld bekommen. Ok. Ich brauche ein System. Und ein Weapon. So. Ja. Yep. Und ab zur... Ab in die Blue Corner und dort jetzt irgendwie hoffen, dass da nicht wieder einer in der Ecke steht. Doch. Steht aber. Oh Gott. Fast... Nein. Fast schon selbst in die Luft gesprungen. Und jetzt zurück. Also das hier wieder schräge, das... Ja, komm. Ja. Dann beschützt man mich, aber... Ja, komm. Wie? Du bist auch gleichzeitig mit draufgegangen, oder was? Okay. Super. Yep. Okay. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh mein Gott. Und er hat uns in die Lava geschubst. Der Sack. So. Einmal noch... Einmal Muni noch dazu. Und dann geht es schon wieder auf die... Auf die blaue Seite. Headshot. Yep. Und ich sehe ich da. Und mit 44 AP werden wir das auch nicht schaffen. Und unsere Flagge wird auch schon wieder... ...gecaptured. Oh, verdammt, 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 verdammt. Weg, 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 weg. Und von hinten. Nein. Das hältst du doch im Kopf näher aus. Ja. Ja, er macht erstmal gar nichts hier. Er freut sich und guckt uns an. Ja. Ja, komm her hier. Ja. Das wird dann doch schwieriger, als ich dachte. Damit wir die euren Merks ja immer... Ja. Einmal bloß nicht umdrehen. Und unsere Flagge ist noch da. Unsere Flagge ist noch da. Ja, bin schon unterwegs. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall mal ordentlich das 2 zu 0 schaffen. Also, ein 1 zu 1 wäre echt... Wäre echt nicht so das Gelbe vom Ei. Meine Fresse. Ihr seid noch überall, oder? Und... Ja. Und mit 5 AP, das kannst du auch schon wieder komplett vergessen. Ah, man darf's versuchen. Man darf's versuchen. Wenn jetzt keiner von vorne kommt und ich die beiden Health Packs kriege, dann... Ja, keiner von vorne kommt. Ich hab's gewusst. Also dann doch andere Seite lang. So. Health Pack Nummer 1. Health Pack Nummer 2. Und... Werden wir... Okay. Haben wir gerade noch so Platz gemacht. Ah. Und wir werden auch gleich wieder selbst geprackt. Und komm her hier. Weg mit dir. Und wir brauchen die gegnische Flagge. Was will sie denn bei ihrer eigenen Flagge? Wollte sie gerade... Wollte sie gerade die Flagge irgendwie, äh... ihre eigene stehlen, oder was? Ah, nein! Verdammt. Ah, und der nächste. Ist klar, ist klar. So, komm her hier. Wo bist du? Dich werde ich fertig machen. Oh, bist du schon weg? War ein Pick aber auch. Oh, und einmal ordentlich vom Rocket Launcher weggefrackt. Ah, verdammt. Einmal ordentlich gestuckt. Und wir müssen in Richtung Blau. Wir müssen in Richtung Blau. Und werden da erstmal ordentlich schön viele Shells reinfeuern. Und dann... Und dann... So. Nein, da war diesmal keiner. Aber genau hinter uns. Ist klar. Ist klar. Ah, und wir werden natürlich wieder ordentlich vom gegnerischen Feuer hier in die Lava geschossen. Nicht so prickelnd. So. Ihm haben erstmal den Chaos gemacht. Und wir werden jetzt uns wieder zu gegnerischen Flagge begeben. Und da hoffentlich diesmal den Kollegen... Nein, hier ist diesmal keiner. Oha. Komm her. Und... Ah. Das hältst du doch im Kopf näher aus. Das kannst du doch nie mal erzählen, dass man hier so gegen die Bots ordentlich abkackt. Das ist doch nicht schämend. Ja, ich reg mich so ein bisschen auf hier. Nur meine eigene Dudeligkeit und Unfähigkeit. Irgendwie bin ich da nicht so, äh... In Form, wie ich es gehofft hätte. Oder gehofft habe. Was heißt hätte? Oh mein Gott, der ist verdr... Ja. Und wieder einmal abgerutscht. Mal für einen Medi-Pack. Und... Schade, dass es hier keine Flaggen gibt. Und wenn es eine gibt, dann habe ich sie die ganze Zeit übersehen. Ja, und... Was macht er denn da? Er stellt sich da unten einfach mal hin. Und jetzt könnte es was werden. Wir haben 100 HP und könnten eventuell direkt mit der Flagge abhauen. Weg da aus dem Weg. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Aus dem Weg. Ja, jetzt kommen uns alle entgegen hier, oder was? Jetzt aber. Das muss das 2 zu 0 werden. Wenn uns jetzt keiner von hinten erschießt. Ah, yes. Wunderprächtig. Weil meine Teamkollegen gerade so fähig waren und mich so tatkräftig unterschützt haben. Anders kann es gar nicht sein. Ich habe mir den Weg natürlich nicht selbst freigeschossen. Um Gottes Willen, nein. Und schon wieder gestackt an derselben verkackten Stelle. Ja. Und jetzt haben wir uns einmal beide gegenseitig hochgejagt. So. Und Ollo Johnson werde ich auch nochmal mitnehmen. Gucken, ob unsere Fahne noch da ist. Ja. Nein. Doch. Unsere Fahne ist noch da. Und wir werden uns ins gegnerische... Ah, verdammt. Ins gegnerische Lager begeben, würde ich das sagen. Aber natürlich so schön kaputt, wie wir momentan sind, wird das das nicht weit bringen. Ich habe unsere Flagge... Ähm... Okay, die Flagge ist zurück an unserer Base. Das heißt, wir sind erstmal alles sicher. Boah, wie kommst du denn da hoch? Du willst mich doch vereiern. So. Und jetzt ganz schnell, ganz schnell. Da unsere Flagge auch gerade momentan im Beschlag ist, können wir eventuell den Gegner auch schon einmal, der uns entgegenkommt, umliegen. Ich bin hier. Das war es nicht. Oh, verdammt. Verdammt. Komm her. Ah, nein. Komm, sie ist direkt an unserer Base. Das muss doch jetzt einer von uns irgendwie schaffen. Das war genau auf der anderen Seite, ne? Da liegen beide Flaggen. Okay. Das macht schon einer wunderprächtig. Ivana war das glaube ich. Ah. Und wir haben den Assault Modus freigeschaltet. Das ist glaube ich schon wieder ein Modus, der erwartet ein bisschen Köpfchen. Da muss man dann taktisch vorgehen. Da werde ich auch mal die drei, ähm, ja, ich sag mal Tutorial Objectives durchspielen. Ich würde sagen, hier mache ich dann auch erstmal irgendwie, ähm, ein Aufnahmestopp und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf wieder. Tschüss. Tschüss.